Viele Unternehmen verschwenden unzählige Ressourcen bei der Erstellung von Produktbildern oder Videos. Aufwändige Fotoshootings, Reise- und Transportkosten und Retusche jedes einzelnen Bildes frisst vor allem bei großen Portfolios unnötig viel Zeit, Geld und Mühe. Deshalb denken wir bei RenderBet diesen Prozess neu. Wir fertigen auf Grundlage von Mustern, Fotos oder Dateien eine virtuelle Kopie ihres Produktes in der digitalen Welt an. Auf Grundlage dieser fotorealistischen 3D-Modelle lassen sich nun ganz einfach Animationen oder Produktbilder in gewünschten Perspektiven und Mengen produzieren. Ändert sich später das Produkt, ändern wir einfach die digitale Kopie und spiegeln die Änderung auf alle erstellten Inhalte mit wenigen Mausklicks. Das Ganze ohne Retusche, zu 100% digital und skalierbar auf große Portfolios. Auf diese Weise digitalisieren wir für viele Kunden tausende Produkte und setzen ihr Marketingbudget effizienter ein, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Sind Sie neugierig geworden? Schauen Sie einfach auf render.com vorbei und erzählen Sie uns von Ihren Ideen. Das Ganze ohne Retusche, zu 100% digitalisieren. 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 Untertitelung des ZDF, 2020